Ich bin ziemlich happy. Bis auf eine kleine Ausnahme wird es nämlich kein Carry Forward geben der ganzen Inhalte aus MB2 und MB3 hin zu Black Ops 6. Das sind, wie ich finde, wirklich gute Nachrichten. Ich hatte wirklich Angst, dass das passiert. Das war so eine der zwei oder drei großen Ängste mit Black Ops 6 und es ist so, dass keine Operator rüberkommen, keine Waffen rüberkommen, keine Waffenskins und keine Outfits. Der Black Ops 6 Multiplayer ist also ein komplett neuer Start. Das ist wirklich ein komplett neues Game. Activision hat sich dazu auch geäußert und Activision hat geschrieben, wir wollen sicherstellen, dass alle zusammen neu anfangen, wenn wir mit dem Erscheinen von Black Ops 6 in eine neue Erfahrung eintauchen. Es ist wichtig, dass jeder das Black Ops Universum erleben kann, wie es gespielt werden sollte. Es ist wichtig, die ära-spezifischen Waffen und Ausrüstungen zu lernen, die Gameplay-Innovationen wie das Omnimovement zu lernen und es ist wichtig, den Black Ops Style beizubehalten. Daher werden Inhalte aus Call of Duty Modern Warfare 2 und Call of Duty Modern Warfare 3 nicht in das Black Ops 6 Premium-Erlebnis übernommen. Premium heißt bei Activision immer bezahlt. Die einzige Ausnahme, also es gibt eine Ausnahme, die einzige Ausnahme ist der Black Ops 6 Volt Edition Operator Pack Vorbestellerbonus. Er ist derzeit in MV3 verfügbar und wird in Black Ops 6 übernommen. Die Carry-Forward-Inhalte für Warzone-Spieler werden fortgesetzt. Hier werden MV2, MV3 und Black Ops 6 Inhalte mit Season 1 integriert. Also die Ausnahme sind diese drei Skins, die man bekommt, wenn man die Volt Edition vorbestellt. Und diese Skins kann man aktuell schon spielen innerhalb von MV3 und die werden übernommen zu Black Ops 6. Das sind die einzigen drei Skins, das ist der einzige Operator. Und dann ist es eben so, dass Warzone auf jeden Fall die Black Ops 6 Inhalte bekommt. Davon denke ich, sind wir auch alle ausgegangen. Das war ja auch bei Warzone 1 schon so. Da gab es auch drei Call of Duties, die integriert worden sind. Hier wird es halt spannend, wie es weitergeht im nächsten Jahr. Also was passiert mit Call of Duty 2025? Da werden auch wieder neue Waffen rauskommen im Multiplayer. Und die Waffen sollen dann auch zu Warzone 2 kommen. Das heißt, wir hätten vier Jahre an Waffen und hätten dann immer noch diese blöde Aufsatzsituation, die wir haben seit Warzone 2 und MV2. Also dass es viel zu viel von allem gibt. Dementsprechend, glaube ich, muss eigentlich irgendwann ein Reset passieren. Irgendwann müssen da ein paar Waffen rausfliegen. Und es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass das passiert mit Call of Duty 2024, mit Black Ops 6. Und dementsprechend könnte das vielleicht im kommenden Jahr passieren. Also das mit Call of Duty 2025, alle MV2-Waffen, Aufsätze und so weiter rausfliegen aus Warzone 2. So würde man auf jeden Fall ein bisschen aufräumen und würde das Game auch frisch halten. Also es ist irgendwann auch einfach nicht mehr schön, wenn alles zusammen reingequetscht ist in ein Game. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und diese Unübersicht war eben auch einer der Gründe, warum ich Angst hatte, dass die Waffen aus MV2 und MV3 rüberkommen zu Black Ops 6. Das hätte erst mal, wie gesagt, die Übersicht absolut verschlechtert. Und dann hätte es aber natürlich auch den Vibe gekillt von Black Ops 6, wie die ja auch am Anfang schon geschrieben haben selbst. Und ich bin froh, dass das jetzt eben nicht passiert. Ich verstehe aber natürlich gleichzeitig, warum es ein Carry-Forward-System gab bei MV2 und MV3. MV3 baut auf MV2 auf. Viele Leute haben eh am Anfang schon gesagt, es ist nur ein DLC. Und es war ja auch mal als DLC geplant, wurde dann aber zum Glück zu einem guten Multiplayer umgebaut von Sledgehammer Games. Aber ich glaube, hier wären auf jeden Fall sehr viele Leute wirklich sauer gewesen. Also wenn Leute das Gefühl haben, es ist ein DLC und ich kann meine ganzen Sachen nicht mit rüberbringen, die gekauften Skins, dann ist die Stimmung natürlich nicht so gut. Und was man auch nicht vergessen darf, Setting-technisch würde das auch überhaupt nicht passen. Mit Black Ops 6 haben wir ein Game, das in der Vergangenheit spielt. Und da sollen dann moderne Waffen rein aus MV2 und MV3. Ne, das funktioniert natürlich nicht. Trotzdem wird es natürlich so sein, dass das Game am Anfang erstmal ernst ist. Und dann wird trotzdem natürlich verrückter Stuff dazukommen. Beziehungsweise so ein paar leicht verrückte Skins gibt es ja schon. Das sind Vorbesteller-Boni. Also die werden bei Tag 1 mit am Start sein. Ansonsten wird man bei Tag 1 eher, ja alles ein bisschen schlicht halten. Und dann wird es mit der Zeit aber verrückte Skins geben. Und das wurde auch bestätigt von Treyarch in einem Interview mit IGN. Gefunden hat das Charlie Intel. Verlinke ich in der Videobeschreibung. Und da wurde jemand von Treyarch zitiert und der meinte, so, an Tag 1 wird man nicht mit diesen Skins rumlaufen, also mit diesen verrückten Skins, damit das Eintauchen in die von uns gewünschte Erzählung nicht gestört wird. Natürlich werden wir solche Sachen, also solche Skins, aber nach dem Start hinzufügen. Wir wissen, die Spieler mögen solche Sachen. Und außerdem werden wir wirklich coole Dinge finden, die mit der Black Ops Lore zusammenhängen und auch neue aufregende Sachen. Also ja, erstmal bleibt alles eher schlicht. Plus die Vault Edition Skins. Und dann wird es verrückt und dann wird es eine Mischung geben von Skins, die irgendwie zu Call of Duty Black Ops 6 passen. Und von Skins, die verrückt sind wie irgendwelche Killer Clowns. Oder keine Ahnung, was dann kommt. Aber hier finde ich eh, dass Treyarch wirklich die besten Skins macht. Und dementsprechend freue ich mich da schon fast ein bisschen. Also ich habe unfassbar wenige Skins gekauft, jetzt in der MB2 und MB3 Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das ändert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Seid ihr froh, dass die ganzen Sachen nicht übertragen werden? Oder hättet ihr den ganzen Stuff aus MB2 und MB3 gerne auch im Multiplayer von Black Ops 6? Lasst uns da gerne diskutieren. Und wenn ihr das mögt, dann warum? Ich verstehe es nicht. Wobei, so ein bisschen verstehe ich es vielleicht. Man gibt natürlich schon viel Geld aus für Bundles. Aber das Ding ist, dass hier nicht das Problem ist, dass die Sachen nicht übertragen werden. Sondern das Problem ist, dass die Bundles so teuer sind. Also 25 Euro für ein Waffenskin oder für ein Waffenskin und ein paar Visitenkarten, um das Pack aufzufüllen, um das Bundle aufzufüllen, sind einfach ganz schön viel. Da sollte man vielleicht mit dem Preis auch einfach ein bisschen runter. Ich glaube, da würde sich keiner beschweren. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, dann könnte es aber tatsächlich sein, dass wir wieder Carry Forward bekommen. Und zwar zwischen diesem COD, also zwischen Black Ops 6 und zwischen dem COD, das 2025 rauskommt. Und laut den Gerüchten, die wir haben, wird es wieder ein Black Ops Game geben, das irgendwie sehr stark auf Black Ops 2 aufbaut. Also ich glaube, das soll kein Remastered sein von Black Ops 2, aber ein Call of Duty, das wie MB3 ganz viele Karten benutzt, die es schon mal gab. Eben ganz viele Karten aus dem originalen Black Ops 2. Und wenn man zwei Black Ops Teile nacheinander hat, dann kann man vielleicht auch den ganzen Stuff rüberbringen, ohne dass das mit dem Spielgefühl bricht. Weil dann hat man Treyarch-Waffen in einem anderen Treyarch-Game. Und das passt ja eigentlich. Und so wurde das ja auch ein bisschen erklärt bei MB2, MB3. Da wurde ja gesagt, dass die Waffen rüberkommen, um das Modern Warfare-Universum zusammenzubringen, beziehungsweise zusammenzuhalten. Und ja, das würde vielleicht dann Sinn machen. Also wenn man zwei Black Ops Teile am Stück hat. Das sind aber nur Gerüchte. Mal schauen, was wirklich passiert. 2025 ist ja auch noch ein bisschen hin. Eigentlich müssten wir uns da noch keine Gedanken machen. Und ich bin, wie gesagt, gespannt, was mit Warzone passiert. Eine Alternative dazu, dass man einfach alle MB2-Waffen raushaut, wäre natürlich auch, dass man ein bisschen aufräumt. Also dass man sagt, Waffen, die kaum gespielt werden, die entfernt man. Aufsätze, die nicht wirklich benutzt werden, die entfernt man. Und eben nicht nur aus MB2, sondern MB2, MB3 und Black Ops 6. Also dass man da einfach ein bisschen aufräumt und das Game ein bisschen schlichter macht. Entschlackt. Man hat aber dann natürlich trotzdem das Problem, dass vielleicht Waffenskins wegfallen, die man teuer gekauft hat für 25 Euro. Und ein schlechtes Gefühl bleibt es natürlich trotzdem. Also eine perfekte Lösung gibt es nicht bei diesen Waffenvarianten, weil Call of Duty das halt nicht mehr macht mit nur Tarnungen. Also früher gab es ja einfach nur Tarnungen, die man ausrüsten konnte auf allen Waffen. Aber das ist natürlich dann auch alles ein bisschen schlichter. Fortnite macht das ja so zum Beispiel. Da kannst du halt dann nicht irgendwie eine Drachenwaffe haben oder eine Waffe, die irgendwelche Animationen abspielt, wenn man es anschaut. Sowas funktioniert natürlich dann nicht. Also ja, perfekt lösen lässt sich auf keinen Fall. Leute, schreibt mir eure Gedanken zum Thema in die Kommentare. Lasst natürlich gerne eine Bewertung da hier auf dem Video, falls es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, um keine Videos zu Black Ops 6 zu verpassen. Wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut bis dahin.